xpkel nuke oder nuke zum xpkel ist am stitteln und willkommen zum roto commander part nummer sieben mit natürlich facecam so ich würde meinen part erst gleich anfangen weil ich gerade noch mal Pansy das fängt bei mir mal synchronisieren an bis zum Bescheid Leute aber ich muss auch dazu sagen um den Interspruch werde ich jetzt immer nehmen und das mit dem Stil habe ich von Siv also das andere auch ja und ist um das hat das ok habe ich von ihm also dass ich das Wort Stil nehmen ist ja von ihm oder sie nicht direkt aber ich hab's halt auch wollen also ich darf es auch bei der Mittag ist halt nur damit so dass mit der weil es so lange zusammenarbeiten schon das ist gut drüber kommt und ich habe auch Jodh Tobi soll wieder am Start es sind die sie in die Synchronisierung 3 2 1 Köln Niederstuhl ist und anstrengend das ist nicht mehr so macht auch zu sehen und dieses mal besser er hat ja so so also ich habe gerade zwei Ecke und zweimal geht diese Ecke genau und das erinnert der Weg ich habe mir jetzt nicht wo sind wir auch der schon tot der hier will den richtigen worgen ich sterbe ich sterbe 1 von hund egal 3 1 dicker gibt mir eine granate koste map oh mein gott hat er lack ich hätte fast ein Dreier mhm nice du musst nur machen und es noch mehr sind die ja warum warum kommt der von hinten ach fuck it oh mein gott und dieser Bergwetter oder die liefst die Schimmel nur in jedem eck wenn ich die Schwingung aus der Branche ich habe doch keinen Sinn ich schon meinen hohe doch gewinnen Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Scheiße. Digga. Warum kommen die immer von hinten? Digga, weil du die ja nicht siehst, Digga. Das wollen die. Digga, ich sterbe schon wieder. Jetzt nehme ich die weg, Tor. Ich nehme die schon die ganze Zeit. Ich meine, die muss das machen. Die hat der 10 Abschluss hier, Digga. Ist das bei uns? Alter. Ja, geht drauf. Oh, ich habe schon. Wo ist denn der? Ich sehe, die war jetzt auch nicht gerade, Digga. Ich bin auch nur wieder geholt. Digga, der kommt schon wieder von hinten. Guck mal, ey, er zieht vorher an, bevor ich überhaupt da bin. Guckt euch das an. Siehst du das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hacker, oder? Ja, die werden es ja dann wieder sehen. Ja, ist der ein Hacker am Start, oder nicht? Digga, er schimmelt da oben. Ja, Digga, ich habe schon zweimal weggeholt. Digga, ich finde gar keinen mehr. Dritten Mal. Äh, du denkst, ich kann mich dropshotten, Alter. Oh Gott, Digga. Vierten Mal. Er hat 10-1. Oh, nee, dann nicht. Der denkt oder was? Hä? Fickt der dich, oder was? Mann, 7 zu 12, da geht man gar nicht, ey. Ja, klar, ich spawnen bin tot. Alter, na, endlich, Mann. So sieht's aus. Puh. Digga, von wo? Digga, die wollen ich verarschen, Digga, genau wie mich. Die haben Maniac. Klar. Die haben Maniac. Ja, habe ich gerade gemerkt. Wodurch? Hat mich gekillt. Nice. Ich hab den Hund gekillt. Nice, Digga, du holst es zu 100, Digga. Ich hab den nächsten Hund gekillt. Digga, nice. Du magst du, du magst, 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 du wir sind nicht so wie andere YouTuber, die nur die besten Gameplay nehmen Digga, die M27 verzieht mal richtig auf Entferner Digga, ich nehme jetzt hier M8R1, äh M28 Einfach mal XWK Gaming abonnieren bitte Ihr habt mir eine richtig geile Intro und Outro erstellt, die ihr auch im Video sehen werdet Einfach mal da lassen, ey, das war so nice, ihr werdet es auch sehen Digga, ich weiß einfach nicht, mit welcher Waffe ich spielen soll Boah, mach doch deine Fresse, du Hundesohn, Alter, ernsthaft, fick dich doch Ja klar, warum wissen wir immer die Scheiß Scheiß Wir machen noch ein paar Ich will einen guten Also das ist auch 1 zu 3 ist das jetzt Digga, wenn ich einen Kehle Bei euch läuft Gott nicht, oder? Nein, überhaupt nicht Bei mir nicht Schau mal ein Score an Bei mir auch nicht, Digga Schau mal ein Score an Schau mal meinen an 9 zu 21 Was? Ja 9 zu 22 Entschuldige Das ist sehr schlimmer wie im letzten Fall Ja Scheiße, Digga 9 zu 23, Alter, ich spawn ihn tot Jetzt nimmst du dich erstmal ein 9 zu Ja, du gibst dir ein Loch in die Boden Alter Ich hab'n 10 zu Ich hab'n 10 zu 17 Ich hab'n 10 zu 17 Feiert mich, ich hab'n 10 zu 17 Oho, Digga Hauptsache zweistellig Mein elften Newcos Helm Mein elften Rage Mode Run Mein elften Kill Mein zwölf Mein... Zwölf und ich bin tot 12 zu 25 hatte ich mich erschießen Oh man, nein Du, die Welt ist für dich, die ist zu hart Hey, ich kenn' da was Gutes ist, du musst dich Du musst dich einfach ritzen Ritz nicht Digga Einfach ritzen Einfach... Einfach ritzen Nimm die Klinge 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 Bin aufgestiegen Zu was? Von Lord zu Gaylord oder was? Digga nochmal bei ihm Digga Digga Oh man ey Oh man ey Und wie ist KD? Man 14 zu 27 Alter 13 Kills Mach mal Mach mal ne Streak Bei den Gegnern, die schimmeln nie im Eck Ja 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 Ich hab'n richtiges Opfer Gegner Team So muss das sein Alter der hat ne immer... Digga ich versuch' jetzt mit der AK mein Glück Wenn ich jetzt mit der zwei Kills mach' dann entscheide ich die Medi frei Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck Oh nein, oh nein, mein Handy hat Einen 5% Akku, ich will der Sky-Buff kam Ich steb' einfach... Ich steb' einfach... Ich steb' einfach... Zwei Kills, entschalde ich's mir... Okay, ich schalte sie mir frei Echt? Ist die gut? Zwei Kills hab' ich gemacht Digga immerhin 17 zu 28, ne, Entschuldigung, 29 Jetzt sind's nur noch zwei Kills Ich kann da reinklutzen können dich So So Digga, die Map ist einfach nicht zu jung Mann... Helt sie? Ziv Jungs Schreibt mir mal bitte 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 in die Kommentare welche Waffe ihr nehmt und welch was Gutes Und welche Aufsätze Bitte und welche Aufsätze Helt sie? Ja, bin ja Bitte Ja, ja Ich hätte ne richtig keine Idee was wir zusammen machen könnten Wir könnten ähm... In der Serie machen mit FIFA Korps ist so Online Stürbt doch du... Ja, kann man machen, Digga Digga, wisse was? Ich hab' die 30 genackt 32 Tode? Ja Alter Gibt's zuführt 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 Ja, nicht ganz schön Bes тебя Geduld Dann verglauerte O birötsche wieder schneller Sie sind in den Vorausdiensten gesagt Nuc Ents Derocks Nen Ohe der Muster Landau Euro und sie kratzen das ist natürlich gar über ein Gameplay hier hinten ist er noch das ist echt eure letzte Warnung mann Blinden ihr seid gefickt wenn ich es nicht jetzt die Löffel machen Digger ich hab 18 zu 34 Digger er schießt einfach drauf ich weiß nicht mehr wo er ist komm komm zeig dich ihr habt nur mal Glück gehabt ich hab immer Kriege gemacht nur mal Glück gehabt sonst kommt er auf den Tick die schimmen alle da oben mit welcher Waffe spielst du? ähm 499 Digger ich brauch Zähigkeit unbedingt Leute guck mal guck mal ich spiele P90 und rechts die heißt P90 was? ich spiel mit der P90 P99 das ist so ne achtschuss war für dich achtschuss achtschusshalbe schau ich mal schauen wir mal ob ich mit den Brotpunkt wie ich auf der Honey besser bin Leute habt ihr das gesehen? das war doch mal wieder schön hast du den Kill gemacht? nein nein ich wurde's gepickt ich wurde's gepickt können wir hier mal raus können wir hier mal raus gehen? bitte ganz ruhig nimm deine Tabletten ein Digger ich schmeiß die Granate und stirbe Digger ich hab 37 Tode hatte ich noch nie in meinem Leben noch nie noch nie ich hatte noch nie in meinem Leben 7 3 Tode ich mein im Spiel noch nie in keinem in keinem außerdem in keinem in keinem in keinem außerdem Digger von wo? Digger die kommen aus Ecken aller da war ich nur nie da war ich nur nie die sind schon rund Digger läuft bei dir würde ich sagen 37 Tode stabile 39 Tode warum bei dir läuft normal ey packst du die 40 noch oder? ah Alter das ist aber kein Digger 39 Tode Mann Digger ich schäme mich ja ok hau da rein ich seh ja tschüss Wenn ich nicht täusche habe ich sogar etwas Kill